nein garstig okay wir haben noch mehr von kriege zu stopfen da kriegst du jetzt auch mal was zu essen das hätten es auch gehen können wien sind garstig wien echt garstig lp122 und wir haben lange nicht mehr gespeichert zum glück haben wir das gerade noch so überstanden so ich glaube wir versuchen jetzt erstmal nicht mehr die spinnen da unten zu töten ich muss bald gucken wie ich an essen komme und das ist ja auch nur so ein problemchen muss ich hier wieder raus muss vage töten muss alles mögliche töten und hoffen dass ich noch was an fisch irgendwo kriege da drüben würde ich gern irgendwie hinkommen aber ich weiß nicht wie hier bringt es nichts runter hier bringt es nichts nein moment mal aber da würde es was bringen wahrscheinlich ich markiere das mal eins zwei drei vier fünf und hier zwei so 1 2 3 4 5 1 2 bingo darum so darum darum durch die daumen das ist klar was es natürlich nicht tut aber wir können hier wenigstens noch ein paar spinnen erlegen und wenn sie einfrieren ist es sogar noch besser wenn wir nämlich ein level ab wer hat die erlaubt abzuhauen sind jetzt noch sehr viele hier unten hier nehme ich auch gerne meine bolzen wieder und mein bueno hier ist am verhungern so dir könnt ihr theoretisch feuer geben was macht eigentlich mehr schaden du machst mehr schaden das ist der meteoritenhammer also kriegst du lieber stats skills als in critical du kriegst weiter athletics für mehr lebenspunkte jetzt kannst du den schlag machen so sehr schön athletics für mehr lebenspunkte und nö critical wird besser oder ich gebe erstmal dein dodge auf maximum so du ganz klar water magic ein level brauchen wir noch dann hat er drei skills da habe ich auch das achievement und ja es gibt ein achievement wenn man drei skills hat so du hast gar kein essen mehr du bist aber eh nicht von hunger geplagt okay das ist wirklich immer von der anderen seite aus ich bin genau dran vorbeigefallen 1 2 3 4 hier bin ich auch genau dran vorbeigefallen hier müsste ich bei der brücke runterfallen und hier wo müsste ich da runterfallen 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 ich müsste hier runterfallen 1 2 3 4 5 wäre 1 2 3 4 wäre auch nichts aber ich kann ja mal versuchen was passiert wenn ich da runterfalle wir haben ja mittlerweile bei den spinnen unten einigermaßen aufgeräumt nur ich sollte wirklich gucken dass ich kletter und nicht falle so ja eigentlich müsste ich da runterfallen runterklettern secret found oh das ist ein nettes secret jetzt fehlt mir nur noch 1 2 3 4 5 ein teil ok das war hier das heißt ich probiere es wirklich mal ja gut da hinten ist eine spinne so jetzt will ich mal gucken wie stark Bane special ist ich treff nicht dafür trifft das so ok achso hier bin ich falsch hier muss ich noch eins nach oben wenn ich hier runterklettern würde würde ich da landen ja ja deswegen versuche ich mal nicht hier runter zu klettern sondern neben der brücke mehr als runterfallen kann ich ja nicht oder höchstens ich muss genau an der brücke runterklettern das könnte auch sein ich muss mich auch ein bisschen orientieren da drüben ist dass da da brauche ich nicht gucken wo ich runterfallen kann da kann ich nirgends runterfallen sieht aber auch nicht so aus ob ich darunter könnte wenn ich von hier aus gucke dann sehe ich da sehe ich mir wieder meinen haxen gebrochen habe na dann trinkt du auch mal ein wir haben genug pilze mach gleich mal neue tränke vor allem für dich mana tränke und ich glaube da müssen wir bald mal hier raus und gucken wie wir an nahrung kommen viel haben wir nämlich nicht mehr ich muss mich hier genauestens umschauen also es ist klar vor dem einen komme ich nur von der einen seite ran da ist der druckplatte echt das heißt wenn ich hier rüber werfe öffne ich was dann öffne ich hier eine schleuse ich habe keine angst vor dir wo das war ein schlag eingefroren haha kaum noch einfrieren oder töten nein hier ist nichts antivenom so spinnen töten bien schlüssel finden das ist der bär dinger oh und da geht es sogar noch wieder weiter sehe ich gerade hier hinter ich nehme an wenn ich den minenschlüssel runter nehme dann geht da noch mehr auf außer ich gucke hier nach knöpfen ne hier nö ja ich hatte recht diesmal habe ich aber in die wo das war ein hit ich habe in die richtung einfach mal ab das ist nicht so schön ne das geht noch so einmal können wir dich ja so schießen wir dir einmal in den allerwertesten die spinne oh out of energy könnte etwas nervig sein so ich sag bloß du kannst uns dadurch anspucken so stirb oder frie einfach noch mal ein aber ich kann nicht ganz schön gut einfrieren so gut gut oh ich habe gar nicht geguckt was ist hier drin bitte essen bitte essen jawohl okay wir müssen noch nicht ganz so schnell wieder raus dann kannst du auch eine gleichkeit mal zu dir nehmen und das anti-venom trinken so ja ja las ja 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 Vielen Dank.